Du kannst hesslich sein und auch stolz sein, dass du hesslich sein kannst. Wie du? Ja, ich bin stolz, dass du hesslich sein kannst. Guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer Runde Survival Games. Und da geht es auch schon los. Bisschen verspätet, Alter. Bisschen verspätet. Und mit dabei ist heute Dema, ist Boss. Hallo. Und Let's Puddle. Hallo. Ja, Let's Puddle kennt ihr ja, er spricht auch Deutsch, aber Dema ist ein Mod hier von Hive. Und sie kommt aus Kanada, spricht kein Deutsch, aber wir reden trotzdem penetrant, wie wir sind, weil wir ja so asoziale Deutsche sind. Reden wir einfach Deutsch. Ich habe Dema schon diese Frage öfters gestellt. Dema, I ask you this question very often. Are you hesslich? Nein. Okay. Sauerkraut. 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 Bratwurst. Das ist eine deutsche Runde, Dema. Oh, da ist ein Mann left. Jetzt können wir uns alle den Kasten für uns. Aber ich spreche Deutsch, weil wir dich lieben, Dema. Okay. Okay. Okay, Leute, dann lass uns mal eine schöne deutsche Runde machen. Okay, ich gehe mir die mittlere Kiste. Oh, Junge. Oh, so falsch. Was hier drin ist. Ich habe ein Schwerz. Ich habe eine Schwerz, ich habe eine Schwerz. Komm, runter, 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 runter. Ich habe ziemlich viel Eisen-Schwerz, muss ich sagen. Oh. Okay, ich habe einen, ich habe einen. Dema, are you hesslich? Nein. Oh, Dema, Dema, ich habe ein paar Leute. Okay, let's, let's, let's go to the house, where we can go up. You know, where the house is. Follow me, here. Ich wollte Deutsch reden. Hier, das Haus. Hier, das Haus. Oh, Junge, ich bin schon drin übrigens. Ja, gut, gut. Hier, das ist unsere Route, Dema. Ist das nicht schön hier? Dema, ich rede mit dir. Das ist nicht höflich, was du machst. Hier ist relativ wenig gerade. Dema, komm, ab. Oh, Stone Sword. Nice. Sexy. We are talking quite often English because we are gentlemen. Gentlemen, you know? Oh, Stone Sword, okay. Dema mag Salat. Wolltest du noch einen Kettenhelm? Äh, gib lieber Dema ein bisschen was, die darf nicht sterben. Dema, komm mal her. Dema, ich habe eine Kettenhelmung für dich. Dema, erzähl ein bisschen über dich. Da ist jemand! Hilfe! What? Ja, okay, ich habe einen töten. Oh, what the fuck? Dema und Tal, wo seid ihr? Wir sind immer noch im Haus und gehen gerade hoch. Okay, in der Disco? Seid ihr in der Disco? Wir sind in dem Haus, in dem wir hochgehen. Ja, aber ganz oben ist eine Disco. Achso. Und so Toiletten. Da sind wir nicht. Ich habe Goldbarren, wir können gleich den Tresor eröffnen. Dema, sollen wir den Tresor eröffnen heute? Ja, geil. Ich habe einen Eisen übrigens. Okay. Das wäre ganz sexy, wenn wir ein Schwert machen könnten. Ja. Dema, wie geht es dir? Das ist schon zu schwer. Wir müssen langsam anfangen. Wir müssen klein anfangen. Dema, Ja, was... Häslich bedeutet Ugly? Ugly, ja. Ja, aber das ist nicht richtig. Ugly in German ist Häßlich. Häßlich. So, was heißt Häßlich? Häßlich ist eine andere Form von Häßlich. Und das ist nur für die coolen Kinder in Deutschland. Die coolen Kinder, die abonnieren zu meinem Kanal und schauen auf Taddle und Broken Thumbs TV. Das sind cool deutsche YouTuber. Wir sagen Häßlich und das ist ein Wort, das man kann ja, für verschiedene Situationen benutzen. Aber es ist ein negativ Wort, oder? Oh, nicht überhaupt. Du kannst Häßlich und auch sein stolz zu sein. Wie du? Ja, ich bin stolz von Häßlich. Ja, es ist ziemlich ein negativ Wort. Dema, hier ist ein Kast. In diesem Kast ist ein Kast. Du hast nicht zufällig Eisen bekommen, oder? Doch, habe ich. Ja, dann her damit, du Häßlicher. Ich schenke dem Taddle ein Eisen, Dema. Ja. Es ist ein Gift von mir. Okay, was brauchst du noch für Rüstung, Dema? Ja. Hast du Ja. Nein, ich habe einen Stick. Hier. Dema, was brauchst du für Arm oder Weapon? Welche Weapon hast du? Ah, okay. Okay. Ist das für eine Workbench? Kann das sein? Ja, genau. Spawn ist eine Workbench. Weißt du, was Workbench bedeutet auf Deutsch? Ja. Werkbank. In Deutschland klingt immer aggressiv. und äh, ähm, was ist das Wörter? Mit, äh, wenn du nicht gibst, ja, Intimidierend? Ja, nicht, nicht, sondern, Deutsch. ROUGH. ROUGH. In Deutschland klingt immer rOUGH und hesslich. Also, wir lieben Deutschland. Es ist hesslich wie wir. Okay, ähm, ja, äh, wo gehen wir jetzt hin? Dema, welche Route sollen wir gehen? Oh, Junge, ist das so gemein. Oh, Mann, du musst ein bisschen mehr Deutsch lernen, Dema, okay? Ich rieche die Tränen, die aus Demas Augen fließen. Ja. Ja, ja, die hat kein Wort verstanden. Ich bin total in die glücklich. Ja, sie stimmt uns absolut zu. Okay, ähm, kann ich Essen haben? Ah, ja. Ähm, was für ein Essen möchtest du denn gerne haben, Dema? Schinken? Das ist Schinken. Und was ist das, was du da hast? Karotten. Dank. Rohes Hühnchen. Dank. Apfel. Oh, Mann. Oh, oh, all I know is that. Dank. Danke. Ja, danke. Bitte. No problem. Ja, Dema, du musst ein bisschen mehr Deutsch lernen. Boah, die Sacken geht gerade auf und scheint mir in meine Fresse. Hm. Dema, please be our leader. Zeige uns den Weg. Okay. Du gehst also nach oben, dann kommen wir mit. Hm. Dema, magst du uns? Ich denke, wir haben das Wasserplatte verbrochen. Oh, nein. Okay, ich schaue in die Warte. let's, let's, let's meet, äh, äh, downstairs. Weee. Downstairs, alter. I don't know, what is the word for, ja, unten. Ja, Talitz, sag du, wie heißt das denn? Ich habe keine Ahnung. Ja, also, kann ich doch downstairs sagen. Die Treppe runter. Dema, understand me when I talk English. Das war gar nur witzig, weil du einfach Dema fragst, was unten heißt. Dema, please learn a little bit more German for recordings, okay? Yeah. I, I try. Okay. Okay, this is a, um, Sprungbrett, and you, uh, you springst in the swimming pool. Um, hmm. Dema, are you nuttig? Oh, that, 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 sounds good. I don't know, does it, sounds aggressive. That sounds aggressive. Oh, everything is, uh, something like, uh, a mix of beautiful and nice. No, it means, uh, prostitute. No, no, no. No. Dema is too young for this bad language. Dema is just in his, uh, in her fantasy world. Every word in Germany is rough and negative. This is, this is a word for Dema with, with sheeps and chickens. They are all friends in this world. And then you kill them. Yeah, but, I don't eat them. I just kill them for fun. uh, you usually kill your friends. Yeah, it's normal. That's, that seems fun. Yeah. Come, come to Germany and, and, have fun. Kill you? Yeah, like, like this. It's a free time activity in Germany. Yeah. And, um, maybe it will be a, a sport in future. Um, killing friends, on a tournament. And, yes. Yeah, it's just, it's just all nice. we just talk bullshit. It's not, it's not funny anymore. Okay. Um, I don't know where we go. So seid ihr schon wieder hin. Ihr Häsligen! Ich wollte eigentlich nur Deutsch reden. Dema, I just, I, I, um, Wir müssen viele Worte mit K und Ch lauten sagen. Dema, bist du kitzelig? Ja. Okay. Krickelkrakel. Dema, soll ich dich mal kitzeln? Here. This is kitzeln. I gonna kitzel you. Nee, äh, kitzeln ist, tickel, or tickeling, or what? Tickelek. I don't know. Tickeling. ticke, uh, oh, there's, there's a, Here. Ooh, bot. No, he's, 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 he's my friend. He likes me. Okay, but I kill him. Huh? Kill your friends. Oh, he's so nice. He's so nice. Huh? Oh Gott. Oh no, there's so many guys with Bo. No, no, no. Run, 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 run. Run out of the water. Run out of the water. Dema, come out of the water. Come out of the water. Dema, No. Simon, pass on. Okay, I kill him. Dema, okay, there's two. That's two. Yeah, He has like two hearts. Oh no. Hey, Tadl, can you do that? Can you do that? I have one. Okay, I also have one. Okay, Dema, now you are there, now you died, and so you have just only to talk German. Yeah. Yeah. That's a rule in Germany. Okay, I killed the other. Oh, that's one. Hatta Kampf. Where they get the fireworks? He blocked it to get it. Okay, that's nice, that's nice. Here, it's our party. Tadl. Party all night long. Oh, party. zufällig feile. Ja, aber nur sechs Stück. Kannst mir ruhig welche geben. Nee, von sechs, von sechs feilen. Ja, komm, ich war nicht so. Ich weiß nie, in welche Situation wir kommen. Ich kann dir auch Feuerwerk geben, das ist geil. Bitte nimm das Feuerwerk weg. Okay. Ja, Dema, glaubst du an uns, dass wir es noch schaffen? Dema, komm rum. Okay, Dema, I, 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 I make this easy for you, okay? I just ask questions, Du hast eine Eisenhose weggeschmissen, Alter. Oh, ich brauch die da noch. Ich brauch die noch. Ich brauch eine Eisenhose. Kann ich ernsthaft haben? I just ask questions, and you can answer them with just yes, also ja oder nein, in Germany. Ah, ja. Yes or no, ja oder nein. Okay, and just answer how you, yeah, how you think. Okay, we ask abwechselnd. Okay, Dema, bist du ein Mädchen? Äh, ja, nee, warte, 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 Dema, bist du ein Junge? Ja. Nein, das ist falsch. Junge means boy. Oh, Dema, bist du ein Mädchen? Nein. Okay, Tala. Was nun ist die Frage? Okay, was ist sie nun? Dema, bist du ein Twitter? Oh, ja. Ach, okay. Das erklärt natürlich einiges. Das klingt legit. Okay, Tadl, frag du mal was. Hat Simon einen kleinen Penis? Dema, das war die Frage. Oh, ja. Okay, das ist schon. Und Tadl, hat Tadl auch einen kleinen Penis? Äh, nein. Da weiß jemand Bescheid. Oh, habt ihr schon mal was gehabt miteinander? Dema? Nein. Oh. Zu jung, Brudi. Okay. Dema, bist du schon volljährig? Nein. Ah, okay. Bist du, ähm, bist du eine Oma, Dema? Ja. Ich brauche Sticks, ich kann die Augen schuld machen. Ich brauche Sticks. Ich hab, hab ich, ja, ich hab eh mal... ich hab Steak für dich, Mann. Ja, nice. Okay, Dema, äh, gewinnen wir diese Runde? Hast du ein bisschen Essen, Brudi? Nein. Oh, wir verlieren diese Runde. Oh, Mann. Ja, ich hab Essen. Weißt du? Gib mir das, Mann. Ähm, ein Apfel hab ich hier. Gib mir das, Brot! Brot. Ja, genug für dich. Hier noch mehr Fisch. Oh, noch. Okay, ähm, hast du einen Eisenbarrentraddel? Hier, ich kann den Eisenschwert machen. Hast du einen Eisenschwert? Ich hab schon einen Eisenschwert. Achso, okay, ich könnte einen zweiten Schwert Eisenschwert machen, aber das brauchen wir nicht. Ähm, Dema, trägst du gerne, ähm, Sadomaso Outfits? Äh, ja. So, mit richtig Lack und Leder und so, Dema? Nein. Ne, so mit Fesseln? Ja. Ah, okay, sowas sagst du. Ähm, ich kann dir auch noch einen, äh, Dianenschwert machen, Taddel. Okay. Oh, da ist jemand. Ja, okay, ist runtergefallen. Taddel, komm her, Taddel, komm her. Hier sind zwei Diamanten. Mach dir mal Dianenschwert. Da musst du aber aufpassen auf mich. Ja, ich pass auf. Dema, I'm, 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 ähm, I'm sad that you, that you died. but you, uh, offer, uh, you for us. You offer you. You offer you. My English is very good. Yes. My English is not the yellow from the egg. It's, it's a German, ähm, äh, sprichwort. Ja, ähm, da ist er, Hund. Dema, ist, äh, ist Taddel ein Hund? Oh, ja, ja. Ja. Okay. Ja, Taddel fragt du auch mal ein paar schöne Sachen. Mir fallen immer nur Sachen über Penis ein. Ja, das ist schade. Das liegt an meinen Vorlieben. Okay. Dema, ähm, hast du schon mal einen Penis angefasst? Nein. Bist du katholisch? Ja. Und... Bist du, bist du auch so ein Öko wie Simon? Ja. Ähm, gehst du regelmäßig in die Kirche? Ja, ja. Okay. Und betest du dann auch zu Gott? Nein. Nein? Strictly. Was? Gehst du zu Satan? Ja. Ach so. Okay. Ah, okay. Ja, das ist, das, ähm, erklärt einiges Thema. Ähm, bist du Satanist? Nein. Oh, das ist richtig tricky. Ich verstehe es nicht. Das ist wie dieses Scott and Lard. Ey, wir sollten so eine Serie einfügen, sowas wie, ähm, äh, weiß Dema die Antwort? Ähm, Dema, ähm, hast du einen YouTube-Kanal? Oh, ja. Äh, wie heißt der denn? Nein. Okay, abonniert mal alle youtube.com slash nein. Okay, es ist ein äh, 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 Thanks. No problem. It sounds so German, so I like it. Ähm, Dema, Sollen wir eine heimliche Affäre anfangen, Dema? Nein. Oh, sollen wir es öffentlich machen? Ja. Ah, aber was sagt meine Freundin dazu? Glaubst du, sie wird Schluss machen? Ja, ja. Du willst das doch nur, du willst es doch nur auseinander bringen. Ist das das, was du willst, Dema? Äh, nein. Komm, wir rennen im Kreis und machen Feuerwerk. Oh, mir hat irgendjemand mal ein Optifine Cape überkauft und Leute, sowas ist nicht lustig. Deine Cape ist so, hässlich. Okay, yeah. Dema, soll Tade jetzt in Lava springen? Oh, nein. Soll Simon jetzt in Lava springen? Ja. Nein. Überlegst du dir nochmal, Dema, soll ich wirklich in Lava springen? Ich habe gesprochen, jetzt geh in die Lava, du Putsch. Ja, ja, warte, warte. Oh ja, push mir in die Lava. Okay. Okay, Tade, du darfst mich, aber du musst mich bitte mit einem Stück Fleisch runterwerfen, okay? Nicht mit dem Bogen oder so. Okay. Ich habe gerade keins. Warte, ich habe vielleicht eins, warte kurz. Hier, rohes Fleisch. Aber du musst auch richtig anlaufen, damit es auch richtig schön gegen den Arsch scheppert, okay? Okay, ich drehe mich um und ich weiß nie, wann du kommst, okay? Oh, was ist das dumm? Oh, 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 scheiße. Nein, ich habe dich verfehlt. Nochmal, nochmal, nochmal. Ich habe auch dein Leben geschlagen. Nochmal, nochmal. Ey, nimm, nimm ein bisschen Anlauf, nimm ein bisschen Anlauf. Nimm ein bisschen Anlauf. Willst du mich verarschen? Nein. Okay, Dema, schafft er es? Ja. Oh! Du willst mich doch verarschen, Alter. Ja, es stimmt. Lass mich in Ruhe. Ja, ich will dich verarschen. Dema, soll ich ihn richtig schön Anlaufisten? Ja, jetzt habe ich schon verarschen. Dema hat auch gesagt, soll ich Anlaufisten. Ah! Aim it. Ja! Hat dir das gefallen, Dema? Ja. Ja. Wenn es euch auch gefallen hat, Leute, dann könnt ihr keine Anlaufisten da lassen. Ich glaube, es war ungefähr mal so die stumpfste nächste Runde, die es je gab. Aber, wenn ihr sowas öfter sehen wollt, dann lasst einfach mal ein Like da. Vielleicht fällt uns noch ein paar coole Ideen mit Dema ein. Ja, Dema, ähm, the stage is yours. Hast du ein paar letzte Worte zu sagen? Ach, ja. Ja, just say some words for the audience to finish the video. Ich bin ein Keks. Ein Keks, DEMA ist ein Keks, ey. Lol. Ja, Leute, DEMA ist ein Keks. Was seid ihr? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und Letzt Handel ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Haut rein. Ciao. Tschau. Tschau. Tschau.